Herr Hohensinner, danke für die Zeit. Im Moment ist es sehr, sehr turbulent. Sie als Geschäftsführer oder Eigentümer der Firma Frutura, ihr produziert sie ganzjährig. Tomaten, Paprika etc. Wie ist das möglich? Ja, dank der Geothermie. Sprich, wir haben ja zwei der Mahlwasserbauern gemacht auf einer Tiefe von 3.500 Meter. Sprich, wir haben zweimal den Großglocken durchbohrt. Und es handelt sich hier um eingelagertes Wasser vom Mittelmeer. Das ist 400 Millionen Jahre alt. Und wir haben zwei Bauern gemacht und das Wasser hat 125 Grad. Und bei einem Bauern holen wir das heiße Wasser heraus, ziehen die Wärme heraus und auf der anderen bringen wir es wieder hinunter. Und mit dieser Wärme beheizen wir die Gewächshäuser. Und darum ist es uns möglich, eben auch im Winter und in der kalten Jahreszeit Fruchtgemüse in Österreich zu produzieren. Bisher war ja das, was automatisiert ist, das Obst, Gemüse, Kimber, Frasen, Lebensmittelmarkt. Was steht da wirklich dahinter? Da steht wahnsinnig viel dahinter. Man muss sich das vorstellen, die Pflanzen sind ja sehr, sehr sensibel. Wie auch in der Natur, so eben auch in den Gewächshäusern. Und das heißt, also die müssen sehr gut betreut werden, gepflegt werden, geerntet werden, bestäubt werden von den Hummeln, von ganzem Nützlingseinsatz. Wir setzen hier de facto keinen Pflanzenschutz ein, wir arbeiten alles mit Nützlingen. Und so weiter. Und das ist ja ein sensibler Bereich. Und das können auch nur speziell ausgebildete Menschen machen. Und wir haben eben unsere Leute über Jahre daran eingeschult. Und das sind ja absolute Experten. Und die Gefahr ist bei uns eben, so quasi, wenn wir eine Infektion von Menschen in die Gewächshäuser bringen würden, wir können die Leute nicht von heute auf morgen ersetzen. Und heute, gerade in dieser Zeit, sind wir einer der wenigen Betriebe in Österreich, die was frisches Fruchtgemüse, sprich Tomaten, Paprika und so weiter, produzieren jetzt. Es gibt da ganz, ganz wenig. Und de facto ist der Großteil immer importiert worden. Und dieser Import versiegt immer wie mehr, weil, wie gesagt, die Länder, Italien, Spanien, haben ja noch ein viel größeres Problem wie wir, weil die ja selbst die Eigenversorgung brauchen. Und auf der anderen Seite dort die sogenannten Erntehelfer, das sind zum Großteil rumänische Staatsbürger, die alle nach Hause gefahren sind. Also das heißt, also unsere Produktion ist extrem wichtig, für die frische Vitaminversorgung von Österreich. Und wie schaffen Sie das? Sie die Mitarbeiter halten im Betrieb? Sind ja auch oft ausländische Mitarbeiter, wie Sie gesagt haben. Es ist ja das Groteske an der Sache, wie wir mit Blomau gestartet sind, mit der Futur der Malgemüsewelt 2016. Da habe ich in der Region ein Bekenntnis abgegeben, alle Leute, die bei uns arbeiten wollen und dementsprechend die Voraussetzungen mitbringen, können sie auch arbeiten. Und da hat das leider den Großen niemand interessiert. Und ich war eigentlich gezwungen, auf ungarische Mitarbeiter zurückzugreifen. Und wie gesagt, wir haben jetzt 70 Prozent ungarische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Und es ist so, wie man in den Wald hineinruft, so kommt es zurück. Und das merken wir rundherum. Unsere Leute, das war eine Selbstverständlichkeit, dass sie hierbleiben bei uns. Wir haben hier vier große Hotels angemietet in der Umgebung, wo sie hier wohnen. Und sie stehen zur Firma, das ist ihr Arbeitsplatz. Wir haben das gemeinsam aufgebaut. Und das ist das Wunderschöne. Und jenen Betrieben, was die Leute jetzt weggehen, da hat es in der Betriebsführung was. Und ich habe halt immer versucht, wir leben das auch, das Wichtigste in jedem Unternehmen ist der Mensch. Das ist das wichtigste Kapital. Und gerade jetzt in dieser Situation zeigt sich es eben, also quasi, wie die Menschen zur Firma, zum Betrieb stehen. Frage noch zu Bauern, Herr Honsiner, die ja jetzt ganz wesentlich werden. Wie viel ist denn der Anteil der Lebensmittel ungefähr, kann man das sagen, der aus dem Ausland kommt? Und welcher Wertigkeit sollte jetzt der Bauern haben? Weil ich gehört habe, es ist für die Direktvermachter teilweise schwierig, wegen Hygiene, all diese Dinge. Das heißt, wir hätten eigentlich die Schätze und irgendwo bleiben die eigenen Bauernproduzenten auf den Produkten sitzen. Wie sehen Sie das? Das ist ein sehr hochsensibler Bereich. Das eine ist die Versorgung mit wertvollen Lebensmitteln. Das ist die Grundvoraussetzung. Und das andere ist so quasi der Hygienestandard oder der Stand, um die Sicherheit, die Lebensmittelsicherheit für die Konsumenten, für die Menschen gewährleisten zu können. Das sind die zwei Hauptbereiche. Und es war halt in den letzten Jahren hat sich das immer mehr verschärft, diese Thematik, so quasi auf der einen Seite die Lebensmittelsicherheit gewährleisten zu können mit den vermehrten Anforderungen der Konsumenten und so weiter. Und auf der anderen Seite die Produktion daran anzugleichen, sprich die Verarbeitung, die Aufbereitung und so weiter. Und da ist natürlich die beste Form in der Selbstvermarktung, in der Direktvermarktung, der Bauer oder meine Kollegen, ich bin ja auch nichts anderes als ein Bauer, wobei ich das aber wertschätzend sagen möchte, dass das jetzt, also Bauern sind ein ganz wichtiges Glied in der Gesellschaft, das Wichtigste eigentlich jetzt. Und so quasi das, was wir produzieren und das dann direkt den Konsumenten zu verkaufen, ist die beste Form. Schwierig wird es dann, wenn ich die Produkte verpacken muss, wenn ich Logistikwege habe, wenn die Kühlkette zum Greifen kommt und so weiter und so fort. Da wird es dann schwierig. Und da quasi gestoßen jetzt viele, viele an ihre Grenzen. Es würde Möglichkeiten geben, die Nachfrage, der Wunsch ist da. Auf der einen Seite gibt es auch die Produkte, aber diese Kette zu schließen zum Konsumenten, die kommen ja nicht alle, die können ja nicht alle kommen, vor allem von den urbanen Räumen heraus. Das geht ja gar nicht. Das heißt, wir müssen die Ware dort hinbringen. Und so quasi, wenn wir jetzt von sensiblen Produkten sprechen, so quasi über die Kühlkeit, die nicht unterbrochen werden darf, weil ich eben sonst keine Bildung und so weiter habe, da wird es schwierig. Und wie gesagt, um das zu lösen, auch über Online-Plattformen, was jetzt kommt, das geht eben sehr gut mit Produkten, die was dementsprechend halbbar gemacht worden sind und so weiter. Wenn ich in den Frischfleischbereich gehe oder Milchbereich zum Beispiel, wo ich die 4-Grad-Zone niemals unterschreiten darf, sogar so überschreiten in diesem Fall, diese Logistik zu gewährleisten ist schon ein ganz anderes Thema. Das heißt, ich muss auch schon im Vorfeld sicherstellen, dass quasi der Produzent, der Bauer muss garantieren, den Konsumenten gegenüber, dass sein Produkt absolut sicher ist und den Standards entspricht, was die Gesetzeslage derzeit in Österreich ist. Und das Thema zum Beispiel, das jetzt wird sicher nicht, auch nicht mit dieser Krise aus der Kraft gesetzt von dem. Und da sehe ich ein großes Problem. Und das zweite große Problem, was glaube ich auch ist, dass man dementsprechend eine kontinuierliche Versorgung und eine kontinuierliche Produktion aufbaut. Was in vielen Bereichen noch in der Landwirtschaft und auch im Denken meiner Kollegen auch vielorts drinnen ist, ich produziere, jetzt habe ich das, jetzt möchte ich es verkaufen. Und wenn ich es dann wieder nicht habe, dann habe ich es halt nicht. Und das funktioniert eben nicht mehr. Und das habe ich zum Beispiel auch relativ früh erkannt bei mir, dass ich sage, ja, wenn ich hier die Produktion hochziehe, dann muss sich der Konsument und der Kunde auch verlassen können, dass er das immer so bekommt. Vielleicht machen wir da noch mal ein gesondertes Interview. Gerade, wo Sie auch gesagt haben, die Verbindung Bauern-Gesellschaft ist oft sehr schwierig, auch in der Kommunikation. Aber wenn man jetzt so ein bisschen reflektiert oder vielmehr die nächsten Wochen sieht, wie wird sich das entwickeln von der Lebensmittelversorgung? Ausland versiegt immer mehr, wie wird die Situation sein in zwei, drei Wochen bei uns, aus Ihrer Sicht? Naja, also es sind zwei Bereiche, die, was ich eigentlich relativ kritisch sehe. Der eine Bereich ist, wenn ich mir jetzt die Wettervorhersagen anhöre, was jetzt diese Woche oder Anfang nächster Woche prognostiziert sind, wenn wir diese Fröste bekommen, diese Spätfröste, und dann haben wir wirklich mit diesen Temperaturen, wie sie prognostiziert sind, dann haben wir ein Riesenproblem. Dann haben wir ein Riesenproblem, weil, wie gesagt, alle Freilandkulturen, da minus sieben, minus zehn Grad, das übersteht keine Freilandkultur. Und dann haben wir aber auch im Obstbau Riesenproblem. Die Marillenblüte ist da, die Kirschblüte ist kurz vorher da, die Pfirsiche sind da, die Zwetschgen, die Äpfel würden auch Schaden erleiden, in Italien, aber wie gesagt, da hätten wir ein Riesendämmen, auf einen Schlag. Weil das würde uns wieder sehr weit zurückschmeißen, das neu zu pflanzen und so weiter, wie auch immer, dann würde es die Jungpflanzen der Form ja gar nicht geben dann und so weiter. Also das ist eine ganz, ganz heiße Sache. Das Zweite ist, wie ich es vorher schon erwähnt habe, ist die Versorgung aus dem Ausland herren. Ja, so quasi. Weil man dort auch die Entwicklung nicht abschätzen kann, wie sich es weiterentwickelt. Also ich sehe es eher negativ. Das heißt, wir müssen uns schon auf das konzentrieren, was wir fort bei uns haben. Aber was jetzt noch spannender hinzukommt, wie gesagt, wir Obst und Gemüse, wir können es im Notfall auch im Plastik steigend, das Lose in den Markt stellen. Schwieriger wird es im ganzen Mopro-Bereich, Milchbereich oder im Fleischbereich. Das muss ich verpacken. So, und hier habe ich natürlich wieder Begrenzungen im Verpackungsmaterial. So quasi das zu bekommen. Ich merke es ja bei mir im Betrieb, irrsinnige Vorlaufzeiten, die kommen nicht nach. Teilweise fehlen die Komponenten, teilweise in Italien können sie nicht arbeiten, weil die Betriebe gesperrt sind und so weiter und so fort. Also hier sehe ich schon die eine oder andere Einschränkung auf uns zukommen. In Summe, ja, mit Einschränkungen, mit gewissem Verzicht kommen wir drüber. Ja, also da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Aber es wird halt in dieser Vielfalt wird das eine oder andere Fälle, aber wie gesagt, für uns im Bereich, oder für Gemüse, für Freilandkulturen sind die nächsten Tage entscheidend, was sich hier, was das Wetter tut. Wenn es hier glatt über die Bühne geht, unter Anführungszeichen, dann sind wir relativ schnell da. Es kommen die Freilandsolat, es kommt das, es kommt das, es kommt das. Wie gesagt, dann schieht es ganz anders an. Wenn dieser Frost enorm kommt, dann gibt es sicher Probleme. Ich meine, uns berührt das wieder nicht, in der Form, weil wir die geschützte Produktion haben. Jetzt gibt es ganz, ganz viele Herausforderungen. Schockierend die Situation, in welcher Geschwindigkeit wir irgendwo lahmgelegt sind. Sehen Sie irgendwas Positives in der Situation? Kann man da irgendwas sagen? Ist irgendeine Erkenntnis oder was dabei, was uns auch langfristig oder Nutzen bringen wird? Sehr viel. Sehr viel. Ich sehe, ich meine, ich sage es jetzt ganz offen heraus, also so schlimm es jetzt ist, so positiv sehe ich die Situation, weil das Thema, erstens wird langsam, den Menschen bewusst noch nicht allen, aber langsam, um was es im Leben wirklich geht, um was es wirklich darauf ankommt, Lebensmittel sind Mittel zum Leben. Das braucht jeder Mensch. Wir bekommen langsam, die Bauern, in der Produktion, die ganze Kette, mal langsam diese Aufmerksamkeit, was wir verdienen. Und in weiterer Folge wird man sich ganz, ganz gut überlegen müssen, was können wir in Zukunft auch zu Hause produzieren. So quasi man hat sich viel zu viel auf das verlassen, auf die Maximierung, was kann ich anderswo herbeiziehen. Und auf der anderen Seite muss man aber auch das als Chance sehen. Wir haben eine Riesen-Zukunft für uns, ganz eine positive Zukunft, aber sie wird anders sein wie jetzt. Es muss, wie gesagt, es muss auch das ganze Fördersystem anders aufgestellt werden, komplett. Es bringt nichts, dass man hier in Flächen hineinpumpt und so weiter. und man muss hier viel gezielter vorgehen, in welche Schwerpunkte setzt man das. Und was auf der anderen Seite auch die Bauernschaft lernen muss, sie müssen, sie müssen, also ich sage es einmal so, die Chance ist jetzt riesengroß, einen Dialog zwischen Gesellschaft und Bauernschaft herzustellen und dass die Gesellschaft sagt, das wünschen wir uns und die Bauern sind, können wir machen oder nicht, aber gemeinsam finden wir eine Lösung. Das ist jetzt die Riesen-Chance. Diese Blöcke, in der Zwischenzeit drinnen möchte ich sie nicht alle benennen, wir kennen sie alle, von was wir reden, die sind jetzt komplett unrelevant. Weil jetzt geht es eigentlich genau um das, was die, die was immer im Hintergrund waren, dass die einmal in Erscheinung treten, Moment, da gibt es etwas, die brauchen wir, aber ohne die funktioniert es nicht. Und auf der anderen Seite bekommen wir jetzt einen direkten Blick zum Konsumenten hin, der weiß jetzt, Moment einmal, ohne Essen wird es schwierig werden, es wird ein bisschen schwer werden, das brauchen wir und dann sieht man sich an, wo ist denn bis jetzt die Wertschöpfungskette, geblieben, was haben wir denn alles gemacht? Da war sie da, ich sehe die Riesen-Chance überhaupt, um das Ganze auch neu zu positionieren und ein Riesengewinner auch, diese gesamten Thematik ist unsere Umwelt. Das ist der Riesengewinner auch dazu. Wie gesagt, und international oder weltweit gesehen, wäre ja, sehe ich es auch, relativ nüchtern, die alten Systeme wären an die Wand gefahren, die waren ja kurz davor und so schlimm das Virus ist, so gut ist er auch, weil man niemanden die Schuldigkeit irgendwie verweisen kann, er hat mir das angetan, es betrifft alle gleich, man merkt die Systeme, die was eigentlich künstlich am Leben erhalten worden sind, die Maximierungen in allen Ebenen, ja so quasi, dass die Systeme brechen jetzt in sich zusammen, weil sie ja nicht echt und nicht stimmig waren, und eröffnen einfach die Grundlage, Neues entstehen zu lassen, was die Zukunft, die Gesellschaft und auch was wir alle gemeinsam brauchen, so sehe ich das. Und auch so die Wertschätzung der Bauernschaft gegenüber, wir haben ja am 31. März einen Austausch mit Anton Heritzer, Chef der Direktvermarkt, der Oppen, freuen wir uns schon drauf, und vielleicht darf ich noch mal ein Interview machen mit Ihnen dann anschließen, dass man noch mal eine Perspektive gibt, wo ist das ermutigend, jetzt schauen wir mal, wie wir damit umgehen, Herr Hohenzinner, vielen, vielen Dank für das Gespräch, Ihnen alles Gute und noch einmal danke für die Zeit. Danke, Herr Göttinger, ebenfalls. Vielen Dank für's. Vielen Dank.